Moin Leute, das hier war ein echtes Problem für mich im letzten Jahr. Warum und was ist das eigentlich? Naja, wir heizen ja mit Klimaanlagen unseren Altbau aus 1976 und sind grundsätzlich damit auch relativ zufrieden. Da der Umbau nicht teuer war und wir im Vergleich zu unserer alten Ölheizung selbst ohne unsere PV-Anlage die Heizkosten im letzten Jahr von 2700 Euro auf 1700 Euro senken konnten. Also schon ziemlich krass. Und eine Sache lief aber echt scheiße und das war unser Wohnzimmer. Denn die Leistung der Mitsubishi Klimaanlage, die bisher da drin war, ist unterhalb von ca. minus 5 Grad mega eingebrochen. Das heißt, wir mussten dann wieder auf die Ölheizung umschalten, weil es einfach nicht warm genug wurde. Um das ganze Problem in den Griff zu kriegen, habe ich eine Panasonic VZ12 eingebaut. Und das ist eine der effizientesten Heizungen bzw. Klimaanlagen, die es überhaupt gibt auf dem Markt. Das Krasse dabei ist, die hat nominal sogar weniger Leistung als die Mitsubishi. Also total komisch, warum ich die trotzdem eingebaut habe. Was es gebracht hat bzw. wie die gegenüber der Mitsubishi dann am Ende performt hat. Das habe ich alles gemessen und erkläre ich euch heute auch wissenschaftlich. Und auch was an dieser Klimaanlage eigentlich so spannend ist. Das ist halt eine ziemlich, ziemlich coole Folge. Bevor es losgeht, ich bin hauptberuflich ja eigentlich im Bereich KI als Wissenschaftler unterwegs. Und das Thema liegt mir mega am Herzen. Deswegen arbeite ich aktuell mit mehreren Wissenschaftlern an einer Folge, wo wir viele angstmachende Headlines und Weltuntergangsaussagen bezüglich KI wissenschaftlich mal richtig hart unter die Lupe nehmen. Also Abo nicht vergessen, um das nicht zu verpassen. Das wird nämlich mega, mega spannend. Also und los geht's. Die Heizleistung reicht bei uns nicht. Also nehme ich eine Klimaanlage mit weniger nominalen Leistungen. Das klingt ein bisschen paradox. Denn die Panasonic hat wirklich nur weniger nominale Leistung. Und zwar von 4,2 Kilowatt, wie ihr hier oben seht. Und die Mitsubishi hat eine nominale Heizleistung von 5,4 Kilowatt. Also total merkwürdig eigentlich. Aber ich kann es jetzt schon mal verraten, denn selbst bei minus 10 Grad funktioniert die Panasonic bei uns noch mega gut und reich für unser Wohnzimmer. Die Mitsubishi wurde unter 5 Grad, wie gesagt, sehr schwach und hat unser Wohnzimmer dann kaum noch über die 17 Grad bekommen. Also dann wurde es schon echt ungemütlich auch. Ja, wie kann das jetzt eigentlich sein? Also wir haben jetzt irgendwie weniger nominale Leistung. Die funktioniert aber bei kälteren Temperaturen trotzdem besser. Also leistet eigentlich faktisch mehr. Schauen wir mal genauer hin. Denn was bedeutet das Wort nominal eigentlich? Denn darauf kommt es jetzt hier an. So, was seht ihr hier? Ihr seht auf der Y-Achse die Heizleistung. Und der linke Punkt beschreibt die Mitsubishi. Und der rechte Punkt, wie gesagt, dann die Panasonic-Klimaanlage. Der blaue Punkt, den ihr dort seht, ist jeweils die nominale Heizleistung. Also einfach als Punkt eingetragen. Und der rote Balken ist die maximale bzw. die minimale Heizleistung. So, und was fällt jetzt hierbei direkt auf? Na, ihr seht, dass die Panasonic einen viel, viel größeren roten Balken hat. Also einen viel größeren Bereich, in dem sie arbeitet. Besonders aber auch nach oben hin. Also ihr seht, da bin ich eigentlich deutlich, deutlich weiter oben. So, und was jetzt auch total auffällt, ist die relative Lage der nominalen Heizleistung, also der blauen Punkte. Die nominale Heizleistung der Mitsubishi ist schon fast ganz oben am Maximum. Also da bin ich tatsächlich irgendwie relativ weit oben. Bei der Panasonic eigentlich nicht. Da bin ich eher im unteren Bereich der Heizleistung. Also wenn ich den gesamten Bereich, den roten Balken sehe. So, woher kommt das jetzt? Das ist halt eine Frage, die hier super, super wichtig ist. Dafür muss man sich die Frage stellen, für welche Außentemperatur gilt denn jetzt dieser blaue Punkt? Also die nominale Heizleistung. So, und bei der Panasonic ist die nominale Heizleistung bei minus 10 Grad angegeben. Das heißt, bei minus 10 Grad habe ich diese Leistung. Bei der Mitsubishi wurde diese Leistung, die nominale Leistung, halt für plus 7 Grad angegeben. Ja, wobei die Angaben bei der Mitsubishi nicht ganz klar waren, muss ich zugeben. Also ganz 100% sicher bin ich nicht, aber soweit ich es richtig verstanden habe. Und so wie man das hier sieht, scheint mir das auch sinnvoll zu sein. So, was heißt das jetzt unterm Strich? Unterm Strich bedeutet das eigentlich, die Panasonic hat einfach deutlich mehr Leistung und ist für wesentlich kältere Temperaturen ausgelegt. Die nominale Heizleistung ist hier einfach überhaupt nicht sehr aussagekräftig. Okay, und vielleicht noch eine krasse Zahl für die Nerds unter euch, weil das auch interessant ist. Und zwar der Scope, also der saisonale Leistungskoeffizient. Der Mitsubishi, der liegt bei 4,7. Und ganz grob bedeutet das, über das Jahr gesehen würde ich 4,7 mal mehr an Heizenergie rausbekommen, als ich an Strom reingesteckt habe, weil die Klimaanlagen grundsätzlich Wärme von außen nach innen pumpen. Das heißt, ich nutze den Strom gar nicht direkt zum Heizen, sondern ich nutze ihn, um Wärme reinzupumpen, so umgangssprachlich gesagt. Bei der Panasonic sind das sechs. Also ich habe das Sechsfache an Energie, die ich quasi rausziehe. Und das ist schon echt phänomenal. Das ist sausau hoch. Diesen Scope-Wert kann man als Näherungswert an die Jahresarbeitszahl verstehen. Ich persönlich denke, dass die Werte grundsätzlich ein bisschen zu positiv sind. Aber messen wir gleich einfach mal nach, ob die Panasonic wirklich weniger Energie benötigt als die Mitsubishi. Denn das kann ich tatsächlich relativ gut messen. So, was kostet der ganze Spaß jetzt? Die Mitsubishi kostet bei Shop Klima.it 1.600 Euro aktuell und die Panasonic bei 2.500. Also ist auch deutlich teurer. Der Shop ist im Übrigen relativ günstig und im Vergleich zu den Heesigen Shops insbesondere, die meist mehrere hundert Euro aufschlagen. Trotz des Versands aus Italien. Und nein, ich habe nichts mit dem Shop am Hut. Ich bin ein ganz normaler Kunde und die haben nicht mal eine Ahnung davon, dass ich die hier überhaupt erwähne. Okay, aber wie die Panasonic das jetzt technisch schafft und was meine Messungen zu den beiden Anlagen eigentlich ergeben haben, dazu kommen wir jetzt. Jetzt wird es spannend. Okay, das ist ein krasses Bild, I know, aber nicht so wild, ich erkläre es euch. Das ist echt gar nicht so kompliziert. So, im Blau seht ihr jetzt hier die Panasonic Heat Charge und in Rot die Mitsubishi. Und auf der X-Achse seht ihr die Außentemperatur, die bei der Messung quasi herrscht. Und auf der Y-Achse seht ihr dann den Tagesenergieverbrauch in Wattstunden. Also quasi, was die Klimaanlage bei einer mittleren Außentemperatur quasi verbraucht hat und zwar für unser Wohnzimmer an diesem Tag. Das heißt so ein Punkt dort. Wir können jetzt hier also direkt vergleichen, wie die beiden Klimaanlagen gegeneinander performt haben, weil die im selben Zimmer waren und eigentlich genau in den selben Bedingungen ausgesetzt waren und ich halt sehr umfangreiche Messdaten habe. So, und ihr seht ja jetzt hier diese Kreuze und jedes dieser kleinen Kreuze ist quasi eine Messung. Also ein ganzer Tag bedeutet ein Kreuz. Hier so ein blauer Punkt zum Beispiel ganz rechts oben. An dem Tag war es halt saukalt, zum Beispiel so ungefähr bei minus 8 Grad im Schnitt und die Panasonic hat an dem Tag circa 13 Kilowatt an Strom gebraucht, um unser Wohnzimmer damit zu heizen. So, ihr seht jetzt hier auch die blaue und die rote Linie. Das ist jetzt ein Trend, den ich berechnet habe und die beiden Flächen, die darüber und da drunter liegen, das ist dann sozusagen die Unsicherheit durch die Messschwankungen. Also ihr seht hier, da ungefähr bewege ich mich und das ist relativ groß, das ist unsicher, klar, aber trotzdem kann man hier durchaus was erkennen. Naja, was bedeutet das jetzt? Also über 0 Grad sehen wir, dass die rote Linie der Mitsubishi immer ein bisschen höher liegt als die blaue der Panasonic. Das heißt, die Panasonic hat halt durchgängig weniger verbraucht und zwar deutlich weniger. Zum Beispiel hier bei 5 Grad könnt ihr sehen, dass die Panasonic im Mittel so 3,7 Kilowattstunden gebraucht hat und unser Wohnzimmer über den ganzen Tag gesehen zu heizen, was schon echt wenig ist. Und die Mitsubishi lag da eher bei 5,1 Kilowattstunden. Also wir haben ungefähr so ganz grob 30 Prozent mehr Energie benötigt. Und das entspricht auch so ganz grob den Unterschied zwischen den Leistungszahlen. Also die scheinen vom Verhältnis zumindest schon mal ganz gut zu passen. So, aber was passiert jetzt unter 0 Grad? Also da sieht es ja irgendwie komisch aus. Das sieht es ja fast so aus, als würde die Mitsubishi hier sogar besser sein. Okay, komm, weil es so schön ist, machen wir hier jetzt mal ein klein bisschen Statistik-Bullshit, damit ihr versteht, wie wichtig es eigentlich ist, so Unsicherheiten, Hintergrundinfos und auch die Datenpunkte eigentlich selber zu sehen. Hätte ich das nämlich alles mal weggelassen, dann wäre das Bild hier rausgekommen. So, und jetzt ist es total klar, oder? Die Mitsubishi ist bei kalten Temperaturen auf jeden Fall besser. Ne, das täuscht hier total, weil, schaut mal genauer hin. Unterhalb von grob minus 4 Grad sind bei der Mitsubishi nämlich einfach kaum noch Daten, also rote Kreuze vorhanden. Warum? Ja, ganz einfach, weil die Klimaanlage ab dann es nicht mehr geschafft hat und uns zu kalt wurde und wir dann die Ölheizung wieder eingeschaltet haben. Also das sind jetzt so richtig, richtig verzerrte Daten. Und wenn ich das nicht sagen würde, könnte ich mir jetzt hier wieder irgendeinen erlügen, wie ich Bock hätte. So, und auch hier seht ihr wieder, wie wichtig Unsicherheiten, die Datenpunkte selber, also diese kleinen Kreuze und die ganzen Hintergrundinfos zu den Daten eigentlich sind. Trendlinien und Statistiken ohne Backgroundinfos und guter Auswertung sind einfach ein Dreck wert, so ist es. So, und um das jetzt nochmal deutlicher zu machen, wie wichtig eigentlich weitere Infos sind, so, dann seht ihr jetzt hier dieses Bild. So, und was seht ihr hier? Ihr seht, auf der x-Achse ist die Außentemperatur und auf der y-Achse die erreichte Temperatur im Wohnzimmer an diesem Messtag. So, und das hier ist für die Mitsubishi. Und ihr seht, dass die Klimaanlage bei tiefen Außentemperaturen die 20 Grad im Wohnzimmer einfach nicht mehr geschafft hat. Also ihr seht, dass das immer weniger wird, je kälter es wird. Also sie hat es wirklich nicht mehr gepackt und das können wir hier nämlich sehen. In dem anderen Bild ist das nämlich nicht sichtbar. Und hier dasselbe Bild für die Panasonic und da seht ihr, wie konstant das im Vergleich ist und wie weit das runter geht. Also selbst bei minus 5 Grad oder fast bei minus 10 Grad war die Wohnzimmertemperatur immer noch um die 20 Grad. Also gar kein Problem, das hat die halt locker geschafft. Und das ist halt irgendwas, was man alles nicht sieht. Und auch die ganzen Daten zu den nominalen Heizleistungen und so. Also ihr seht, wie wahnsinnig komplex das Thema ist und man muss da echt aufpassen, was man kauft. Weil ich musste ja quasi die Panasonic auch ein zweites, also nachkaufen, weil ich mich mit der ersten auch vertan habe durch die Heizleistung. Das war halt das Problem. Ganz großes Problem war in meinen Augen das sogenannte De-Icing. Was ist das eigentlich? Na jetzt mal ganz, ganz einfach gesprochen wird im Prinzip das Außengerät der Klimaanlage natürlich kälter als die Außentemperatur. Denn sonst würde ja relativ wenig passieren. Das Innengerät wird dafür warm und wärmt dann euer Zimmer. So, wie hier zum Beispiel seht ihr, dass dadurch bei sehr kalten Temperaturen Wasser an den Kühlrippen des Außengeräts kondensiert. Und wenn es dann unter 0 Grad ist, dann friert das halt auch ein. Das Gerät funktioniert also immer schlechter. Und irgendwann, wenn dann wirklich alles blockiert ist, geht das Außengerät ganz automatisch in den sogenannten De-Icing-Modus. Was passiert da jetzt? Dafür wird der Lüfter des Innengeräts, also das ganze Innengerät, wird quasi ausgeschaltet. Da passiert einfach gar nichts mehr. Das seht ihr auch, dann gehen diese Lamellen hoch und es ist auf einmal ganz still. So, und dann wird intern, das merkt ihr nicht, der Kreislauf umgekehrt. Das bedeutet, das Außengerät wird jetzt warm und das Innengerät dann kalt. Also es dreht sich halt um. Und dadurch schmilzt dann, wie in dem Clip vorher zu sehen, das Eis ab und die Anlage kann danach dann weitermachen. Und das Problem ist dabei, dass dieser Prozess so circa 10 Minuten, je nachdem wie kalt es draußen ist, auch länger dauern kann. Und in der Zeit heizt die Klimaanlage einfach gar nicht mehr. Also wirklich gar nicht mehr. Und das Zimmer kann dann in dieser Zeit durchaus noch auskühlen. Und das bei sehr kalten Temperaturen und zum Beispiel auch bei uns mit der bescheidenen Dämmung geht das dann leider relativ schnell, dass dann die ganze Wärme wieder rausgeht und das Zimmer dann auskühlt. Besonders, wenn es sehr kalt ist. So, und das, genau diesen Punkt, den haben die bei der Heat Charge echt gut verbessert. Und das fand ich ziemlich cool technisch einfach. Wie das funktioniert, seht ihr hier. Um den Kompressor herum, also jede Klimaanlage oder jede Wärmepumpe braucht intern einen Kompressor oder halt das Kältemittel pumpt. Da ist ein kleiner Wärmespeicher drin. Oder einfach so drum gemacht. Ihr seht diese Manschette, die da drum ist. Und dieser Wärmespeicher nutzt quasi die Abwärme des Kompressors und speichert die zwischen. Und das wird dann beim Deicing genutzt. Praktisch bedeutet das, dass wenn die Klimaanlage in den Deicing Mode geht, das Innengerät dann die Restwärme dieses kleinen Speichers nutzt. Und man merkt es tatsächlich, also man kann es auch sehen, denn ich habe es beobachtet. Während des Deicings, also des Außengeräts, kommt dann trotzdem noch warme Luft aus dem Innengerät. Das ist zwar deutlich weniger als vorher, also es ist halt nur noch dieser kleine Speicher, der dann übrig ist. Aber es reicht, um den Raum zumindest halbwegs auf Temperatur zu halten. Und der Wirkungsgrad wird natürlich erhöht. So, und super spannend fand ich auch dieses Nature Paper, was ihr hier seht. Das ist ein super ähnliches System. Also es ist zumindest ein sehr ähnliches System beschrieben, wobei die Heat Chart schon deutlich älter ist als das Paper aus 2022. Das Paper hat es sogar in die Spektrum der Wissenschaft geschafft. Und ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, beziehungsweise bin relativ unsicher, ob das angebracht ist. Also möglicherweise ist das vorgestellte Paper hier etwas, ich sage mal, weniger innovativ, als die Autoren das behaupten. Beziehungsweise es besteht der Verdacht, dass Panasonic eigentlich schon ein ähnliches System vorher auf dem Markt hatte. Das muss auch gar keine böse Absicht sein, vielleicht wussten die auch gar nicht davon. Diese Heat Charge ist jetzt auch eher so ein, sag ich mal, ein Randding. Und es ist auch nicht ganz exakt dasselbe, aber es ist schon vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich. Unter diesem Gesichtspunkt würde ich als Reviewer oder als Wissenschaftler jetzt einfach nochmal sagen, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, den Review-Prozess hier nochmal unter diesem Gesichtspunkt zu durchlaufen und es nochmal unter die Lupe zu nehmen, da man jetzt hier nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob die Gütekriterien wissenschaftlicher Arbeit hier wirklich noch gegeben sind. Besonders der Part zu den bisherigen Arbeiten sollte jetzt hier nochmal genau unter die Lupe genommen werden, in meinen Augen. Wie gesagt, muss alles nicht und mag auch reiner Zufall sein oder so. Und es ist auch nicht ganz dasselbe, also es ist jetzt alles mit vielen Fragezeichen versehen. Ich bin aber etwas unsicher geworden und würde tatsächlich eine zweite Kontrolle empfehlen. So, ich fand es mega spannend und hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr konntet ein bisschen was lernen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.